Hoffe weg hier, komm mach mal schnell, ja da wusste ich mich noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall jetzt hier, warte mal, warte mal, ich stehe denn noch im Weg, mal wenn ich jetzt hier, ach guck mal, du kannst mich mal am Arsch lecken, Kollege, so, jetzt wird es schon mal nice, schon mal voll, das war jetzt nicht so geplant, das ist doch schon mal voll korrekt, Komm, mach schnell, komm, ne, ja das ist okay, das war jetzt mehr Arbeit als Nutzen, dann machen wir das mal so, zack, 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 sooo gefällt mir das, ja der Klatschen, ach das mach ich so Spaß, das macht mir so Spaß, einige werden nur, oh was ist das für eine Scheiße, also ich sage, Leute, es gehört dazu, und es gehört einfach dazu, zu meinen Klopft, so jetzt kann ich den irgendwann mal machen, jetzt kann ich hier nur wegkloppen, ja zum Beispiel hier so, so, geiler Scheiße, so gefällt mir das, so gefällt mir das, so schön ist das, ist doch einfach geil, So, jetzt kann ich hier auch nochmal ausfüllen, das wird sich ja dann alles nachher, das lasse ich jetzt auch erstmal so steinig, das wird mir dann irgendwann mal, wenn wir dann wieder Zeit finden, Machen wir das auch dann ordentlich, so, schön, Na Mutti, oh hier läuft es ja nicht so flüssig, Minecraft, alte Mutti, alte Techsau, Oh, Minecraft ist immer noch wie eine Mutti, wie eine Mutti, wie so lustig ist, Heute will sie, morgen will sie nicht, ich kenne es, Ich habe zwei neue Grafikkarte, das müsste eigentlich alles super flüssig laufen, Zumindest müsste ich das eigentlich gucken nochmal, Ja, 196 FPS, Also das sollte, das sollte flutschen wie eine Ferrari, Haben wir noch so eine Schaufel da, Was ist auch der Rucksack? Soll ich nochmal reparieren gehen, Ja, das machen wir später, Und jetzt auch noch so eine Scheiße, Ähm, ich müsste das eigentlich noch wegruppen, Ich weiß gar nicht, ob ich das bis hierher mache, Ich weiß gar nicht, Was ich mir überhaupt eigentlich gedacht habe, Ich würde sagen bis hier, Aber dann müssen wir nochmal, müssen nochmal rein, Oh ja, Schön, das gefällt mir richtig gut, Hier ist sogar mein Eingang, Bis auch noch ein Cheat-Eingang, Ha, guck dir das an, du kleine Laus, Ich hole mich dann nachher, Ich mache mich dann nachher kalt, Die alte Mutti, Die alte Schwuchtel-Mutti, So, dann wollen wir mal loslegen, Haben wir mal nein, Achso, ich brauche nochmal, Das da, So, Neun habe ich, Ja, dann müssen wir es halt so machen, Ne, ich bin doch dem, Ich bin doch dem nicht, So, machen wir es halt so, So, alt, Den brauchen wir noch weg, Packen wir noch weg hier, Den anderen Scheiß, Den kann ich schon da mal, Brot, Da habe ich noch, Habe ich noch Brot dabei, Ja, Packen wir das jetzt Erde weg, Das packen wir auch weg, Das brauchen wir auch nicht, Das ist hier, Die ganze Scheiß, Das ist alt, Wenn man das brauche ich ja extra, Das kommt woanders hin, Das ist das, Hier rein, Den anderen Kack, Kommt er in die andere Truhe, Können wir noch gleich craften, Habe ich hier irgendwo eine crafting, Dings, Da ist der table, Die ist so ein ultra, Kann man damit auch, Das geht nicht, Ach, ich bin doch doof, Bruder, genau, Das ist der Klassiker, Das geht hier nicht, Warum geht denn das da nicht, Willst du mich verarschen, Heiner, Ist das das Rezept geändert, Oder was, Nö, Das verstehe ich manchmal nicht, Das geht sogar genau auf, Alte, 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 Minecraft, Mutti, Ich weiß nicht, Wieso geht das mit dem, Ups, Wieso geht das mit dem Tisch nicht, Und mit dem, Hä, Muss ich nicht ganz verstehen, Das ist mir wirklich zu hoch, Das ist mir wirklich zu hoch, Aber vielleicht ist das wieder so eine Art, Extra crafting, Rezept, So, Weißt du, Wieso, Uuuu, Eieieiei, Eieiei, Jo, Ach, Das war aber doch, Guck mal hier, Die Würste, Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, Ich weiß auch noch nicht, Keine Ahnung, Ob ich hier noch was erweitern soll, Wir haben jetzt so viel Krempeln, Minecraft, Das wird wahrscheinlich auch noch mit Lager werden, Aber es ist das mal nur ein Rohbau, Irgendwann mal, In tausend Jahren vielleicht, Ich weiß nicht, Mal gucken, Was wir so machen, Einigen geschrieben, Es soll schon weiter sein, Mit der Erfolgeanzahl, Ja Leute, Da muss ich euch recht geben, Ich mach hier zwischendurch, Andere Scheiße, Und lauf noch sinnlos rum, So, Konne, Ehrlich, Irgendwas reißen, Tue ich hier nicht, So, Es ist die Frage, Ähm, Wir wollten jetzt, Was wollten wir jetzt machen, Soll ich es vergessen, Shit, Äh, Was wollte ich, Ich überlege gerade, Soll es nicht düzen, Soll es überlegen, Ja genau, Wir wollten oben erst mal noch, Die Dingsen, Komme ich irgendwie hoch, Ja, Ja, Das hat mir nämlich, Das hab ich nämlich gedacht, Komme ich hier, Ja, Ja, Schön, Das heißt also, Ich werde jetzt hier noch, Ähm, Das ist die Grenze jetzt erst mal, Da werde ich, Da werde ich jetzt hier oben abkloppen, Okay, Dann machen wir das jetzt hier, So, Dann machen wir das noch, Mit dem Brot weg hier, Hallo, Kann man dich hier klar einsetzen, So, Dann müsste man noch, Ähm, Die Mutti weg, Die Mutti weg, Das noch weg hier, So, 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 Das, Und dann noch, Das, Das ist egal, Das müsste man dann auch, Ja, Guck mal hier, Tschüss, Ich bin aber auch mies, Da müsste ich die, Ah, Da hab ich die Klammer, Die Kisten hier aus der Wand, So, 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 Das ist auch noch Platz dafür, Läuft, Und, Der, Falsches Werkzeug, Der Krimpel, So, Dann haben wir schon noch Platz hier, Das ist doch wieder super, Kann ich nämlich hier schon, was ist das jetzt hier für eine scheiße das war so professorisch alles ist gar nicht nur wegschmeißen ja hier kommt noch die mutter weg so bett dann noch das müsste man dann austrocknen das wollte ich eine unendliche quette trotz machen wenn das noch geht ich werde jetzt ist mir kurz den thema begrenzen so das sieht schon mal nämlich hervorragend aus und dann werden wir nämlich hier das ist auch noch wasser guck mal mit dem hammer geht das sogar auch ist das jetzt ein fehler oder was probieren okay das ist jetzt aber strange da fließt jetzt die scheiße rein das wollte ich nicht kann ich so genau machen so wie weit muss ich jetzt machen noch hier das und danach das ist ja voll geil muss ich mich erst mal dran gewöhnen schon mal dann kann ich das hier das kann man klein wieder so wegreisen und brot schnell essen so war noch eine schaubel dabei die etwas anders ist wenn wir mal wir gucken mal bei werkzeugen Leute ich hatte ich habe jetzt nicht zum thema Leute sorry ähm ja also